Das war's. System rebooten. Positionsgeber mit ZNF2 synchen. Jack. Brian. Es tut mir wirklich leid, aber Sie müssen mit mir mitkommen. Kim, warte in meinem Büro. Dad, ich... Kim, bitte. Wir beide wissen, dass ich handeln musste. Ich hatte keine Wahl. Ich wäre nicht in die Agency eingedrungen, wenn ich es nicht gemusst hätte. Das ändert nichts daran, dass es gegen die Vorschriften verstoßen hat. Nicht zu vergessen, die nationale Sicherheit. Ich krieg diese Typen rein. Ich war in der Basis. Ich kenne ihre Fähigkeiten. Wenn Sie mich einsperren und verhören möchten, gut. Aber es ist ein Fehler. Das wissen Sie. Ich werde für meine Fehler gerade stehen. Aber Sie verschwenden kostbare Zeit, wenn Sie mich jetzt daran hindern, diese Typen aufzuhalten. Gut. Aber das wird ein Nachspiel haben. Danke. Die folgenden Ereignisse finden statt zwischen 21 und 22 Uhr. Was gefunden? Nicht viel. Das System musste komplett neu gebootet werden. Die Positionsgeber und ZNF-2 sind noch nicht so weit. Kanal ist offen. Starte die Suche. Starte die Suche. Starte die Suche. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Adam. Ich habe die Radiofrequenz des Zündmechanismus auf das System geladen. Alles, was du noch tun musst, ist, die Frequenzsender zu finden und ihre Positionen anzupeilen. Die Frequenzsender zu finden, die Frequenzsender zu finden. Die Frequenzsender zu finden, die Frequenzsender zu finden. Die Frequenzsender zu finden, die Frequenzsender zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020